Musik 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 Komm, wie heißt die Veranstaltung? Comedy-Couch. Worum geht's heute? Ich weiß es selber nicht, das ist schöner als am Abend. Geil, habt ihr noch auf? Dann hätte ich mich doch dahin gesetzt. Hätte ich kein Gewinnspiel gemacht. Was habt ihr hier? Schauspielerisch ist das ganz großes Kino. Oh, die hält immer noch hoch. 52er! Wollt ihr auf, rauscht da weg? Das ist ja so Dirty Tork. Wie gibt's das hier? Dirty Tork? Komm, wir fahren zum Pucci Benelli und da pack ich mich Schnee Benelli. 150 Franken. Das haben wir auf Video, ne? Dann geht mal wieder her. Wisst ihr, woran ich merke, dass ich Schweizer bin? Komm, der Gang war gut. Boah! Boah! War das wieder euer Humor, ne? Das ist ja ne ganz eigene Dynamik im Körper. Boah! Das war die Comedy-Couch. Hier aus der Schweiz. Und das ist nicht so hoch. Und das ist nicht so hoch. Wollt ihr? Tiefen! 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 Tiefen!